Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und zwar wollte ich nur ein kurzes Infovideo machen und zwar warum so wenig Videos von mir kommen ist einfach, dass ich zu viel Stress habe in letzter Zeit, ich hatte auch noch keine Motivation neue Videos zu machen, ich habe zwar ein paar Videos hochgeladen, sind noch auf privat gestellt und sobald ich halt die Zeit finde, werde ich sie veröffentlichen, beziehungsweise sobald ich die Zeit finde, ein Thumbnail zu erstellen und alles mögliche, werde ich sie veröffentlichen und ja, da werdet ihr natürlich mehr sehen. Ich habe auch noch nebenbei ein bosnisches Let's Play hochgeladen, das liegt einfach daran, dass ich in Bosnien bin und ich habe gesehen, dass viele Bosnier einfach nicht die Technik besitzen, also aus Bosnien quasi Videos zu machen und sich nur auf Minecraft spiritualisieren. Minecraft ist kein schlechtes Game, mein persönlicher Favorit ist es nicht, aber ich werde da ein Video hochladen, man wird das eh gleich sehen, bosnisches Play auf dem Thumbnail, das heißt, falls irgendwer von euch in Bosnier ist oder ein Serbier oder Kroate, könnt ihr euch das Video gerne anschauen und mir ein Feedback geben und falls es gut ankommt, werde ich das ab und zu mal machen, aber das ist einfach nur mein Test, um zu sehen, ob auch ein paar Bosnier oder ein paar Serben, Kroaten, Jugoslawen, einfach aus dem Balkanraum sich solche Videos anschauen. Tja, das war nur ein kurzes Video, ja und in den nächsten paar Tagen sollte auch mein Ständer, also nicht der unten in meiner Hose, sondern auch der Ständer für das Mikrofon da sein und auch die Spinne, dann könnte ich die ganzen Hintergrundgeräusche ausblenden, wie die Tastatur und die Mausklicke und solche Sachen, das gehört einfach dazu, aber ja, im Hintergrund werde ich irgendein Gameplay jetzt laufen lassen, weil natürlich, wenn man sobald man ein Infovideo macht, sollte man eigentlich ein Gameplay im Hintergrund lassen. Aber ich habe keine Ahnung, mal gucken, was ihr da jetzt sehen werdet. Auf jeden Fall, das war das kurze Video und ja, bleibt einfach dran, also ich werde euch nicht den Stich lassen oder werde komplett wieder aufhören, das habe ich nicht vor, aber ich sehe einfach nur zur Zeit keine guten Projekte, ich meine, ich könnte vielleicht Cold War machen, Cold War machen, machen wir mal Cold War, nein, Cold War, das was bei Steam ist, aber es ist im Jahr 2007 und es ist eigentlich ein Trash Game, aber vielleicht überrede ich mich dazu, dass ich das kurze Video darüber mache. Aber aus denen halt die nächsten großen Projekte sind, wo ich fix dabei sein werde, ist halt das Watch Dogs, das wird einfach ein Projekt sein, das werde ich machen müssen, weil es einfach, wenn ich es selbst will, Murdered Soul Suspect wird auch dabei sein, Thief, also eher die größeren Spiele, auch The Division und ich habe dann auch noch ein paar Ideen, aber die werden erst möglich sein, wenn die Spiele draußen sind, für die ich halt was vorgesehen habe. Na gut, Freunde, das war das kurze Infovideo, ich hoffe, es hat euch gefallen, falls ihr irgendwelche Tipps habt, was für viele Spiele ich spielen könnte, oder falls ihr irgendwelche Videos von mir sehen wollt zu bestimmten Spielen, schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen und ja, bis zum nächsten Video, Servus!